Ich bin Leila Abdić-Koltic, ich bin staatlich geprüfte Immobilienmaklerin und seit 2023 in der Immobilienbranche tätig. Der Job gefällt mir, weil es dynamisch ist und weil jeder Tag anders ist und weil ich meistens so sein kann wie ich bin. Zielstrebig, lösungsorientiert und freundlich. Meine größte Stärke ist, dass ich verlässlich bin und meine größte Schwäche ist, dass ich oft sehr impulsiv bin. Ich würde gern das Haus von Kevin aus Home Alon verkaufen. Das wäre Henny Ford, Kate Middleton und Lindsay Wan. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.